so willkommen zurück zu hitman 2016 und wie ihr seht das problem wurde nun behoben jetzt ist der ton ganz normal wieder gott sei dank und jetzt begehen wir uns zu unserer ersten episode und zwar frankreich paris los geht's einsatzziele ok planung verborgene waffe ok anzug können wir downquart führen wenn wir mal das nehmen zubehör die blase ente startpunkt haupteingang verkleidung im ankleider bereich im ankleider bereich verkleidung in der küche wir fangen was war das da hinten nehmt meistervampirbucket oh gott ey ne komm wir starten hier ganz normal ok los geht's das ist die red carpet event of the season and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite you will find victor novikov basking in the spotlight while dahlia margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of iago's top customers now event security will keep a watchful eye on any suspicious activity but i trust your timeless look shall fit right in good luck 47 yo werde kommen ähm muss noch mal kurz bei den ton drin machen wir alt mal auf 14 denke mir das reicht so das ist die karte gelegenheiten 15 sekunden ruhm ehrengas ein dring zum sterben ein exklusiv bericht ein geheimes treffen eine kurze unterbrechung feuerspiel allerhand jungs alter wie gesagt ich hab episode schon mal eins schon mal gespielt aber auch wie ich im letzten part schon erwähnt habe nie sehr ausführlich alter das ist doch nicht mehr normal was du hier was du hier alles machen kannst alter das schafft man doch alles gar nicht wahnsinn ey wahnsinn ey oh man ey bekam mal gespannt ey ob wir das so hinkriegen ey ja den müssen wir irgendwie töten äh egal wie hauptsache durch so hier ist gleich speck party so mhm aber wo fangen wir am besten an ja ich sag ja hier voll die dicke party ja 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 aber das ist sonst erstmal scheißegal und dann gucken wir mal hier rennt er schon lang mit dem bodyguard und das ist natürlich schlecht wir werden hier mal speichern sicherheitshalber so 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 Oh, nein, nein, ich bin nicht weitergekommen. Ich bin nicht weitergekommen. Du hast mich in den Rapids gemacht. Du hast mich in den Zell-Oft, Victor. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr... Wie geht's das? Ich kann nicht mehr. Ein einfaches Telefonnummer. Du bist gut. Du hast mich. Mein Name auf der Bühne. Ich bin nicht gut für dich. Ich bin nicht gut für dich. Schön, Sebastian. Sehr klubber. Aber ich mache keine Kompromisse. Jetzt komm auf die Stange. Oder hilf mir, Gott. Ich werde dich verhören. Das hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Ich wünsche, dass ich diesen Job hatte. Stopp, du bist gut. Ich weiß, ich bin gut. Aber er ist wie ein... wie ein großer Gott oder so. Ich kann nicht glauben, dass er eigentlich hier ist. Wie in der gleiche Raum wie uns. According zu unseren Enten, Helmut Kruger ist mit Dahlia Margolis. Ich vermische, dass Iago benutzt die Modelle des Fakten, um die Richtig und die Richtig sind, und Kruger ist sicherlich einer ihrer Spie. Sein Gesichter erneutig ist, und die zwei von euch bereits haben eine gewaltige Beziehung. Der sieht so aus wie wir. Wir müssen uns auch irgendwie verkleinern wie ihm. Den müssen wir erstmal finden. Bringen Sie mehr über Helmut Kruger in Erfahrung. Gut, er ist da hinten. Aber wie kommen wir da hin, ey? Das ist der Schmerz, der mich zu sehen. Das ist der Schmerz, der mich zu sehen. Das ist der Schmerz. Ja, unverkönlich. Das wird nicht einfach sein, denn wir werden wahrscheinlich nicht durchkommen. Auf keinen Fall. Es ist der Schmerz, Herr, aber ich bin schade, dass ich dich hier noch nicht durchlassen kann. Das ist der Schmerz, aber ich bin so sicher, dass ich dich hier noch nicht durchlassen kann. Ich bin jetzt nicht ein, aber es ist einfach zu sehen. Alles ist einfach zu sehen. So. Der stört ein bisschen. Ja. Ah, hier los können wir Fehler machen, ey. Ah, hier los können wir Fehler machen, ey. Ah, hier los können wir Fehler machen, ey. Ach, halt die Backen, ey. Ach, halt die Backen, ey. Ach, halt die Backen, ey. Ach, ist der... ist er hier, wa? Oder? Was? Der sah so aus... Man, irgendwie ist jetzt hier nur noch zu laut, irgendwie. Der sah so aus wie wir, aber... hm. Ähm. Der ist draußen, wa? Mal gucken, ob wir da hinkommen. Das ist viel Geld. Schau. Wir können darüber reden. Wir können jetzt darüber reden. Ah, da steht er. Können ja mal versuchen, da ranzugehen. Ah, die... Ah, hier sieht uns einer. Bringen sie mehr über Helmut Kruger in Erfahrung. Ja, der sieht so aus wie wir... ja. Das ist nämlich der Typ. Oh, wir wollen wieder rankommen, ey. Hm. Weil, wenn wir dich da ran gehen... Scheiße, ich kann nur schwachen, ey. Hey, du, stopp! Und jetzt? Ja. Ja. Ey, warum haut denn der ab? Oh, Scheiße. Oh, Mann, ey. Ich... Ich habe keinen Job, ey. Nein, ich habe keinen Job! Ich bin da, genau da! Polizei! Polizei! Werden bitte als Polizei! Kanzelfall! Ja, das war scheiße... Aber wie.. wie.. wie... Wie soll ich denn mit denen da quatschen, ey? Funktioniert doch irgendwie gar nicht. Hm. Wie soll ich denn mehr aus den rausquetschen, ey, der haut doch eher auf Einfach mal hinterher gehen Ah, da laufen jetzt auch noch welche lang, ey, shit, ey Ich meine, ich kann ihn töten und dann mich so verkleiden, ich meine, das wäre... Ah, er kommt so her, hier lang Ach, scheiße, ey Ah, verdammt Das ist schwierig Weil wir können uns auch mit denen auch nicht unterhalten, ey Weil hier ist die ganze Bucht voll von den Leuten Na komm, geh du mal weiter Oh, und da kommt auch gleich ein neuer, ey Ach, ey Ah, nicht dumm, ey Er unterhält sich Verkleiden Sie sich als Helmut Kruger Will ich gerne machen, aber hier sind so viele Spastis Machen wir das jetzt so Erstmal die Leiche wegschaffen Oh, weg damit So, verkleiden So, ziehen Und weg mit dem Dreck Ah, er hat uns nicht gesehen Ah, er hat uns nicht gesehen So, nochmal So, nochmal Ach, verdammt, ey Mann, Alter, wo kommen denn die alle her? Verdammter Axt, ey Den muss ich hier gleich aus dem Weg räumen Den lassen wir einfach da liegen, Scheißruf Ah ja, alle guten Dinge sind drei oder vier Ah ja, tschau So, komm Weg mit dem Scheiß, ey Rufen Sie, äh, Mark Golis an Äh Dann liegt doch hier wahrscheinlich irgendwo ein Telefon Okay, wir speichern hier mal frisch ab Lassen Sie Ihr Make-up Lassen Sie Ihr Make-up auffrischen Na, da gehen wir mal nicht lang Oh Mann, ey, die stehen ja wirklich überall Okay, dann gehen wir da mal hin 80 Meter Ja, ja, ich bin Mr. Kruger Genau So, 30 Meter noch 10 Meter Hier Ja, komm Mach hinne Schwingt mich Und dann ist er schick Ah, siehst du, sieht man alles hier schick aus Ja, siehst du, jetzt sehen wir genauso aus wie er Geil Betreten Sie den Laufsteg Machen wir Äh, schweichen wir nochmal Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt gleich passiert, ey Okay Los geht's Ja, sehr schön So muss es sein Ja Ja Ja, das war's schon So, wo sind die, Alter Ah, die ist da oben Ähm Müssen wir erst mal gucken, wie wir da hochkommen Gut, hier ist eine Treffe, mal gucken, ob wir da oben auch vorbeikommen Nicht, dass die ein paar Wachen stehen Oh, noch höher Ah, da steht ein Wachen, ob er da vorbeikommt Hab ich gar keine Ahnung Ja, Supermodel Du bist gleich tot, Alter Mahlzeit Ähm Wir gehen einfach mal hier lang Äh, gut Totale Fährenzeige Dann wird die wahrscheinlich hier sein Boah, Alter, ist das hier ein Haufen Fressen, ey, geil Helmut, ist das hier die Alte? Ja Jawohl, jetzt stehen wir direkt davor Setzen Setzen Highmore 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 Consulting The very same That's why I wanted you in the show So Jessica would notice you Now, I want you to go to New York Seek out Jessica And do what you do best The girl is bright, young, beautiful Should be right up your alley And yet she's not the mark My, you do catch on fast No, that would be her father CEO John Highmore Jessica is your way in Befriend him Get his truck Offenbar setzt EAGO Models ein Um sich das Leben in der Reichen und Mächtigen einzuschleichen Das erklärt, wie ihre Spione an sensible und geheime Daten gelangen Ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen Magulis hat diese Strategie vermutlich während ihrer Zeit als Mozart-Agentin auf den Höhepunkt ihrer Model-Karriere entwickelt Interessant Das Männer-Model Das gefeilte Model, Helme Grugger ist Teil der heutigen Show und Sie sehen ihn so wahrscheinlich ähnlich? Helme Grugers hier von Nagugger trifft sich nach der Show mit Magulis vermutet, dass EAGO Models einsetzt Um sich das Leben, bla 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 Hatten wir schon Und Grugger ist einer von EAGO Spionern Der Ort des Treffens ist allerdings unbekannt Das Handy des Topmodels Helmut Grugger Wir haben Probleme Okay Wir haben ein Problem Ja und jetzt Ja und jetzt Sorry about that, Helmut. So, a toast. To a fruitful collaboration. Hear, hear. And Helmut? Don't forget to have fun. Ich könnte die Zeugung vergiften können. Das ist Dahlia Margolis. Supermodel turned Spy-Master. Hm, verdammt. Hey, du da? Ja, du, fischiger Typ. Wer bist du? Hey, du, wir hauen mal ab. Wir gehen erst mal reden, dass sich die Sachlage da ein bisschen beruhigt. Ich hoffe, er findet uns nicht. Ich würde sagen, wir machen hier erst mal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also haut da rein. Bis dann. Ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen beruhigt. Ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen beruhigt. Ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen beruhigt. Ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen beruhigt. Vielen Dank.